Wer nicht wählt, partizipiert auch nicht anders. Es ist ein Riesenmythos, dass es sowas gibt wie die Partei und Institutionen, verdrossene Jugend und Menschheit, die dafür in Bewegungen sind, in Initiativen. Die Korrelation ist so, dass wer wählt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alternativ unterwegs und wer nicht wählt, ist er pathisch. Das wäre eine Zweiteilung der Gesellschaft in Hochaktive, die alle Partizipationsformen, die es gibt, ausnutzen und einen anderen Teil, der gar nichts mehr tut. Ausdrucken